Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich zeige euch heute wie ihr die Verkleidung hier abnehmt, vernünftig diese Nippel abdichtet und dann einfach wieder in die Karosserie steckt, sodass euch da kein Wasser in den Innenraum eindringen kann. Ist nämlich ein großes Rostpotenzial vorhanden auf jeden Fall. Warum das Ganze so gemacht wird, wie es gemacht wird, verstehe ich auch nicht bei den Transportern. Vielleicht kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben, dass ich da ein bisschen aufgeklärt bin, weil für mich ist das auf jeden Fall ziemlich dämlich, keine Ahnung. Aber vielleicht hat das ja trotzdem irgendeinen Nutzen, dass das einfach nur so reingesteckt ist und da das Wasser einfach in den Innenraum eindringen kann. Hier ist das zum Glück noch nicht passiert. Also ein bisschen Dreck hat man da schon innen gefunden. Aber bei unserem alten Sprinter, der den Motorschaden dann sogar erlitten hat, hatten wir da ziemlich viele Roststellen, weil es ein 13 Jahre altes Auto war. Das Auto ist jetzt drei Jahre alt. Das ist auf jeden Fall noch nicht der Fall. Genau, ich zeige euch das, wie das Ganze gemacht wird und beziehungsweise erkläre ich das jetzt hier mal einmal vor der Kamera und dann seht ihr all die Bilder, die ich aufgenommen habe. Und genau, nach dem Intro geht es los. Wir haben gar kein Intro, deswegen geht es sofort los. Genau, das Abnehmen ist eigentlich eine Mischung aus Gewalt und aber auch Vorsicht, denn es sind auch Schrauben in der Verkleidung vorhanden, zum Beispiel bei den Radkästen und auch an der Schiebetür und an den Türen. Da auf jeden Fall vorher die Schrauben rausschrauben und nicht einfach nur dran ruppen, dann reißen euch diese Nippel hier nämlich aus. Und genau, vielleicht bestellt ihr welche vor, dass ihr einen Ersatz habt. Ich habe das nicht gemacht und bei mir sind alle heil geblieben. Kosten aber auch nicht die Welt, aber ja, genau, spart vielleicht einiges an Versand. Und genau, dann Schrauben ab, vernünftig abziehen, sauber machen auf jeden Fall. Bei uns hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen Dreck hinter der Verkleidung schon gesammelt. Und die Nippel sind halt auch schmierig, dreckig. Die sollten auf jeden Fall staubfrei und alles Mögliche sein. Dann SIGAFLEX drauf. Also ich habe mich für SIGAFLEX entschieden, habe ich alles selbst bezahlt. Und dann wieder rein einfach und hoffen, dass da alles dicht ist. Sollte aber auf jeden Fall. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also ja, eine Aufgabe, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne macht, aber die auf jeden Fall sein muss. Weil euch sonst wahrscheinlich der Regen irgendwann in den Innenraum einringen wird. Soweit ihr so einen Transporter habt. Bei dem Sprinter und Kräfter ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Autos so ist. Peugeot und Fiat, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal auch unten in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch der Fall ist. Oder ob ihr wisst, ob das der Fall ist. Dann wissen auf jeden Fall alle Bescheid. Und ja, genau. Ich zeige euch jetzt einfach die Bilder, die ich aufgenommen habe. Und dann ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.